Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Ranz Rattung, ich spiele gerade eine kleine Runde Battlefield, das habt ihr euch ja gewünscht, aber nicht Battlefield 4, sondern Bad Company 2. So, das Ding ist, ich habe gerade eben auf Scene Gamers geguckt, schönen Gruß an Sascha, sehr sehr korrekte Seite, könnt ihr alle mal drauf gehen und mal liken und was weiß ich nicht was. Ähm, die haben einen Artikel verfasst, was man sich denn so von Battlefield 5 wünscht und jetzt mal eine Frage so, was sagt ihr denn, habt ihr irgendwie Bock auf was aktuelles oder wollt ihr wieder einen zweiten Weltkriegsshooter, einen zweiten Weltkriegsshooter haben oder, schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ich so weiter kommentiere, wird das Video unglaublich langweilig. So, ey, ich gehe hier durch den Busch in das Haus und dann raste ich aus, yeah, da ist eine Mauer, doch ich bin gar kein Bauer, da vorne steht eine Kuh und die ist lila, macht nicht muh, nee, denn sie ist aus Schoko-Fucking-Lade, ich stecke meine Klischees in die Schublade, denn ich gehe die Treppe hoch. Der Dipp hier ist nicht tot, jetzt ist er. Ähm Captain Pingelot, toll, da hast du meinen übergeilen Flow zerstört, du Arschloch, da mag mich einer nicht, da mag mich einer, nee, 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 äh, au. Ja, I took him out. Ich schreibe auch über die ganze Map. Warte mal, ich will die Waffe gar nicht, ich will die mit dem, oder nehmen wir das. Ja, enter, enter battle. Do it. Scheiße, mit Sahne, ist auch nicht lecker, die explodiert noch in der Luft, das war mir klar, wo ist der Typ, ich sehe nichts mehr, wo ist der Typ, ich sehe nichts mehr. Ich krieche hier an der Mauer lang, ich muss zum Auge nachts, ich sehe verschwommen. Ich hasse das, fucking unrealistisch. Entweder du bist tot oder nicht, ey. Bim. Da ging irgendetwas gegen den Helm. Ich mache mir gerade auch gar keine Mühe, ne, ich nehme sogar einfach nur mit Headset auf und so, ich, äh, pümmel einfach nur ein bisschen rum, könnte man sagen. Aber das juckt ja auch nicht. Das juckt ja auch nicht. Das juckt ja auch nicht. Alter, ich brauche mal einen scheiß Medic oder so. Medic. Keine Muni-Pakete. Na gut, geschenkten Gaul. Guckt man nicht in den Arsch. Wir kaufen am besten auch nicht. Huh. Hä? Hallo? Hui. Ja, endlich, Alter. Hallo, Herr Stein. Bitte, sagen Sie mir. Wo sind den Gegner... Ah, okay, ich komme ja schon wieder. Hallo? Ah, okay, ich darf hier nicht mit Steinen reden oder was, ey? Nein. Oh, ganz viele Steine. Ich darf da nicht hin. Steine sind verboten. Wo sind die denn hier alle? Da hinten, da. Da war einer im Haus. Habe ich hier neu gesehen. Da jage ich erst mal einen Mörser-Drupp. Och. Habe ich abgebrochen, mitten drin. So. Und da hinten. Wat? Wie? Was ist mit dem da im Haus? Das ist aber nicht meiner. Den hat wohl noch jemand gesehen. Also, ich wünsche mir ja wirklich ein WW2 oder so, ne? Oder halt ein bisschen mal was anderes. Ich kann dieses ganze Future- oder Modern-Warfare-Setting überhaupt nicht mehr ab, ey. Das geht mir so auf den Sack. Alles bimmelt und blinkt und keine Ahnung, ey. Wärme suchende Raketen und Tracer-Drohnen. Ach Gott, ey. Gar keinen Bock mehr drauf ohne Schavitz, Alter. Das Ding ist, ich will mal wieder so richtig geil, weißt du? Schön mit einer M1 rumrennen, skillbasiert und so. Oh yeah, genau so. Okay. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich meine, das sind doch noch richtig geile Waffen, oder? Ich meine... Ha. Schön. Schön, schön, schön. Irgendwas ist da hinten los, ob man in der Nase juckt. Das ist natürlich... Äh... Wer war das? Wer war das? Ich frage nicht noch einmal. Ich finde keine Gegner. Nicht einen einzigen. Ich finde keine Gegner. Wo sind die denn alle? Die Gegner. Hä? In diesem roten Haus? Oh. Oh. Ging das jetzt von da nach da oder von da nach da? Oder haben die beiden sich in der Mitte getroffen und gingen jeweils wieder zurück? Fragen über Fragen. Wo ist Ayman Abdallah, wenn man den braucht? Huuu. Au. Fuck you. Warte. Geh weg. Nein. Na. Ich wollte doch seinen scheiß Kit aufheben, damit ich ein Medipack habe. Und du? Du versaust es mir. Was soll denn das? Ich frage dich. Was soll das, Alter? Was soll das denn, Mann? Huuu. Ist ja mal welche. Oh Gott. Da war noch einer. Ha. 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 Oder war er das und es hat einfach nur gelaggt? Das kannst du mir nicht erzählen. Niemals. Niemals. Naja, egal. Weil dann gucken wir mal weit eben, wo sich die Schlawiner wieder rumträuben hier. Das gibt's doch nicht. So. Nee. So. Ah. Gott, Dicker. Okay. Okay, Alter, du willst es nicht anders. M24 Power, Bitch. Mit ganz viel P... P... Power. Wo ist er? Ja, Fadenkreuz. Bug, doch immer nicht behoben. Das war er aber nicht. Nein, das war er nicht. Irgendwo da so in der Richtung, ne? Ich werfe da einfach mal einen Mörser hin. Kann ja sein, dass er... Falsche Taste. Aber dieses Schild, ne? Der ging mir schon immer auf den Sack. Entschuldigung. Ha. Da. Shit. Zeig dich. Was? 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 Nicht getroffen? Ey. Du Hampelmann. So. Kann doch nicht sein. Nein. Also, wenn ihr Bock habt, Sniper Rifles zu spielen, in irgendwelchen Spielen, spielt Bad... Lasst die Finger von diesem Spiel. Nein, ohne Scheiß. Bad Company 2 ist somit eines der geilsten Spiele zum Snipen. Es ist einfach so. Hey, stopp. Was? Stopp. Nein. Oh, jetzt bin ich so... Ich wollte doch eine andere Waffe. Eine andere Waffe. Entschuldigung. Was haben Sie für eine Sniper Rifle? Oh. Bitte? Eine. Oh. Oh. Magnum Mandel, Alter. Oh, shit. War da was? Ne. Die Gold Magnum Mandel, Alter. Beste. Scheiße. Doch nicht so beste. Doch beste, Alter. Beste Waffe. Beste. Warte, was? What? Never ever again. Nein. 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 Das kann nicht sein. Das ist totaler Quatsch eigentlich. Ja. Spawnschutz. Arschloch. Boom. Und schnell weg. Hey. Was denn da passiert? Hey. Warum kippen die alle um? Hallo? Hey. Das war eine Falle. Ne. Komm. N24. M. M. M24. M24. Jetzt. Auf M24. Au. Vielleicht sollte ich etwas konzentrierter an die Sache rangehen. Nein. Nein. Das tut mir leid. Da bin ich wohl schlecht gespawnt für ihn. Oh. Und für ihn. Das war blöd. Haben wir einen. Nice. Erste Mal komplett verrissen. Zweite Mal komplett geschissen. Äh. Getroffen. 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 Las Vegas. Äh. Au. Ah. Oi. Hehehe. Ja. Schön genannt. Ich komme hier unten lang. Nö. Ich habe keine Beine. Gott. Was sind meine? Meine Beine. Ich kann meine Beine nicht spüren. Und auch nicht sehen im Übrigen. Ah. Ich wusste es, dass er sich in dieser Scheißsekunde wieder bewegen würde. Arsch. Lecken. Oh. Ist hier wieder ein Stein in der Nähe? Oh ja. Oh ja. Ja. Was? Spaß 12? Im Ernst, Alter? Pass auf. Ich gebe dir böse mit SV, Junge. Ne. Warte mal. Aber doch. Ich nehme mal das Schaub hier. Das Schaub. Das Schaub. Geh. Wo ist der? Mein Gott. Passt eh wieder nicht. Der Sack sitzt im Baum, der Sack. Der sitzt im Baum. Im Baum. M590. Direkt den ganzen Baum einreißen. Go, go, ho. Lass mich doch am besten auf einer anderen Map spawnen. Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt 8 Stunden ficken. Toll. Das gleiche in grün. Selbe Seite der Map, nur halt links anstatt rechts. Danke. So. Welcher Scheißbaum der da ist das? Warte mal. Er saß halt wirklich obendrauf. Ist das geil. Bumm. Damit hat er locker nicht gerechnet. Edel. Ey. Von wo? War das ein Querschläger? Ja, komm. Kill, kill, Alter. Erzähl doch mal. Erzähl doch mal. M95. Läuft einfach. Läuft richtig brutal. Das Teil. Oh. Ja. Ich werde beschossen. Ey. Fuck. Ach. Okay. Ja, meine Damen und Herren. Dom, nach oben, wenn ihr Bock habt, ansonsten jemand nicht, deshalb werden wir euch aber lassen, haut da rein Höh?